Echt jetzt? Das hat er zu dir gesagt? Direkt ins Gesicht? Direkt ins Gesicht. Und wie ging's weiter? Ich geh voll auf Körperkontakt, klar? Und dann ich so, mir voll egal aus welcher Hood du kommst. Aber du gibst mir das jetzt wieder, sonst klatscht es, aber kein Beifall. Wow! Gecheckt? Ich war, du bist echt eiskalt. Aber sowas von... Ja, du bist so cool wie ein Stuhl, weißt du wie ich meine? Oh, Ducky. Ja? Schon gehört? Was? Noch nicht gehört? Nein, was? Was denn, Bunny? Ducky. Ja? Die machen neun Toy Story Film. Echt? Ist das Thema nicht voll durch? Alter, es gibt doch schon drei. Ja, drei Stück und dann machen die echt noch einen vierten. Oh, krass! Wow! Ich liebe doch Toy Story, Digga. Toy Story ist genau mein Ding. Das ist es. Warte, gib mir den Bass. Ich bin Bass Lightyear Space Ranger. Und dann sagt Woody, du bist ein Spielzeug. Oh, hey, der Woody war gar nicht schlecht. Ich geh diesen Spruch, wenn er fliegt. Los, los, los. Bis zur Endlichkeit und über die Leiter. Wie war das? Das ist nicht richtig. Bist du sicher? Nee, das passt nicht. Ich glaub schon. Nein, der geht so. Bis zur Unzurechnungsfähigkeit und voll heiter. Was war ein... So geht der. Ist das gerade? Nein, so geht der. Bis zur Unfähigkeit und noch viel breiter. Bis zur Unanständigkeit und noch viel... Bis zur Unwissenheit und... Jungs, das ist alles falsch. So geht's. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das ist das Dümmste, was ich je gehört hab. Niemand kommt bis zur Unendlichkeit, du Blödmann. Merkst du selber, ne? Unendlichkeit? Ich lach mich schick. Bis zur Unendlichkeit? Du hast echt keine Ahnung von gar nichts. A Toy Story. Alles hört auf keinem Kommando. Du hast echt keine Ahnung von gar nichts.